Aber fühle ich mich schon bereit dafür bis zum Kronentempel? Ich weiß nicht, ich kann erst mal wieder mich mich dazu holen. Wer nehme ich denn jetzt hinter mich? Ist schwer. Nein, nein, gehst du? Okay. Okay, du Dä. Gebe mir ein Center, irgendein Center, meinetwegen das Center. Willkommen im Bestbury Bahnhof. Nein? Ja. Das wirkte wahrscheinlich gerade so, als wäre ich nicht ganz synchron mit der Aufnahme, aber glauben mir, das bin ich. Überwiegend. Ich habe mich noch falsch in einen Namen erinnert. Passt so vermutlich auch besser. Nein, ich will nichts anderes von dir. Eigentlich will ich gar nicht hier sein. Ich will wieder, wieder hinten. Schnee und Eis will ich wieder. Ihr wisst gar nicht, wie affig das ist hier manchmal, so eine Aufnahme zu starten. Weißt du, das ist ja, normalerweise ist ja kein Problem, wenn du keine Facecam anhast, dann nimmst du halt ne Ton auf, Video auf, machst mittendrin ne Klappe, dann weißt du genau wann was losgeht. Aber wenn du gleichzeitig hart das Video von deiner Fresse mit aufnimmst, hast du ein Problem. Wollte ich eine Kamera benutzen, die hier separat rumsteht? Alles kein Ding. Da könnte nur der Akku alle gehen. Das war damals beim Spider-Man-Net-Play gerne so. Aber das hier ist jetzt direkt ne Webcam und was ich da immer wieder machen muss ist witzig. Ich muss mir, ich muss mich, ich muss mir dann diesen Spiegel hier nehmen. Ah, so. Und muss dann gucken, dass ich mich quasi synchron damit bewege. Jedes Mal von der Aufnahme, von einem Livestream, immer. Damit das Bild möglichst synchron ist und nicht komplett den Bach runter geht. Warum ich euch das jetzt erzähle? Weil der Spiegel hier gerade so rumsteht. Der Hintergrund wird sich übrigens auch noch ein paar mal ändern. Es kann noch ne Weile dauern, bis das hier alles final ist. Aber ist egal, wir sind ja alle noch im Aufbaumodus hier. Außerdem brauche ich gerade mal ein bisschen Entspannungs-Pokémon spielen, weil mich Amazon geärgert hat. Und ja, ich weiß, ihr Kackviecher, von euch gibt es einen Community-Day, aber ich habe irgendwie nicht wirklich die Motivation rauszugehen wegen euch. Was ist der Amazon? Früher Amazon war aber interessant. Wenn ich so früher, vor zehn Jahren bei Amazon was bestellt habe, dann kam das sofort meistens an. Quasi sofort. Selbst irgendwelche Spiele, die erst in drei Tagen rauskommen, die waren mindestens zwei Tage früher da. Filme und so weiter, alles immer früher da. Aber dann wurden irgendwelche Leute, die Sachen veröffentlichen, wohl ein bisschen pissig und haben sich da ein bisschen reingehangen. Und jetzt bin ich sogar mit meinem super krassen Mega-Premium-Versand, wenn ich Glück habe, am Tag der Veröffentlichung eines Spiels geht's los. Oder Films oder sonst was. Was meistens darin resultiert, dass ich in Läden gehe und mir dort die Dinger kaufe und bei Amazon wieder storniere. Deswegen bin ich bei Amazon mittlerweile schon so ein bisschen auf einer schwarzen Liste, also roten Liste, glaube ich. Weil, mein Gott, der storniert meist zu oft. Aber ich schreibe auch jedes Mal hin als Grund, kommt zu spät an. Was ja auch stimmt. Wenn es im Laden steht, bevor Amazon es liefert, dann ist es zu spät. Punkt. So, und jetzt bin ich gerade über Geld gestolpert, könnte man sagen. Ich habe mir gedacht, cool, wir können doch, doch Miles Morales spielen hier auf dem Kanal. Habe ich also bestellt, dachte mir, okay, im besten Fall wird es am 11. hier ankommen. Das Spiel kommt am 12. raus. Im schlimmsten Fall kommt es am 12. hier an, weil... Was bringt denn das bei Amazon, wenn die Spiele verkaufen und nicht pünktlich zum Release liefern? Jetzt habe ich heute aber die Nachricht bekommen. Weißt du, was? Das kommt erst am Samstag, dein Spiel. Ich sage so, was? 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 Und wieder mal wird mein Kanal torpediert von irgendwelchen Logistik-Arschlöchern. Das ist wegen Corona. Ja, die könnten ganz genau, wenn sie wollten. Sie wollen nur nicht. Sie haben ja auch Super Mario All-Stars einen Tag vorher geliefert. Oder nee, genau an dem Tag, mit der PIN-AG. Ich weiß sowieso nicht, warum das so lange dauern soll. Weil das Paket wurde heute losgeschickt. Und soll mit der PIN-AG am Samstag ankommen. Ich lebe hier in Berlin. Was gestern abgeschickt wird, kommt heute an. Egal wo in Deutschland. Zumindest, wenn es in der Größe ist. Das ist... Oh. Ich hoffe einfach mal, es landet trotzdem morgen im Briefkasten. Und wir können rechtzeitig mit dem Let's Play loslegen. Aber ich würde mich gerade nicht drauf verwetten. Von daher, wenn es nicht direkt morgen losgeht, tut mir leid. Ich habe es versucht. Aber offenbar darf ich noch nicht mal Freitag loslegen. Sondern muss bis Samstag warten. Da wahrscheinlich auch bis Mittag. Und dann... Oh, ey. Da sind die anderen schon fünf Stunden weiter im Gameplay. Die anderen waren ja all die Arschlöcher, die mit Sony zusammenarbeiten und die Scheiße so in den Arsch geschoben kriegen. Aber ich werde schon wieder eifersüchtig. Merkst du, ich sollte das lassen? Waren wir hier jemals? Ich habe nicht den Eindruck, ne? Auf dem alten Sockel steht etwas geschrieben. Möchtest du die Inschrift lesen? Ja. 21. April. Der König bescherte diesem einst unfruchtbaren, eisbedeckten Land reiche Ernte. Ihm verdanken wir auch die heutigen Kronenhochlande. Solange das Bündnis zwischen uns Menschen und dem König wird, werden wir zweifelsohne ewiglich in einem Überfluss aus satten Grün und reicher Ernte leben. Aber das war nicht so gut, wie du gedacht hast, das war nicht. Das war nicht. Ich brauche keine Platten. Gib mir lieber CDs. Die sind hier so ein Verschleiß-Item. Was ist denn, Sui? Komm. Ich würde so lachen, wenn hier wieder ein Mimikma rumläuft. Letztens ist mir eins in freier Wildbahn über den Weg gelaufen. Also nicht im hohen Gras, sondern wirklich auf der Straße. Heute ist aber kein Mimikma-Tag hier unten. Ist oben Mimikma-Tag? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube hier unten irgendwo gab es auch noch. Oder habe ich mir das eingebildet? Ich glaube irgendwo in der Naturzone gab es noch eine zweite Stelle, wo es Mimikmas gab. Aber ich habe mich immer noch auf die eine konzentriert. Das war bei irgendeiner Brücke. Also hier im Brückental könnte es sein. Aber ich bin mir nicht sicher. So, guck mal, da ist der Weihnachtsmann. Da ist ein ziemlich böser Bär. War das interessant, dass es etwas an der Seite ist. Wie komme ich hier irgendwie rum oder eher nicht so? Sieht so aus, als würde man hier rumkommen. Ich muss mal kurz investigieren. Wir sind doch gerade von hier gekommen. Okay, so viel dazu. Orientierung sind wie so ein Zorro. Ey, der hat heute auch Geburtstag. Elfter, Elfter. Ja, warte, ich wollte ja woanders hin. Ja, du mich auch. Oh. Oh, Tarnhels, ey. Nicht Silbern. Schade. Mach mal einen Aqua-Durchstoß. Hey, it's alive. Hagel. Ja, ähm. Letztendlich sollte ich jemand anders nehmen. Nein, böses Tarnhels. Boahooks. Ähm. Jubilein, hättest du vielleicht die Güte, unser Team erstmal anzuführen? Dir macht Hagel nicht so viel aus. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte diesem geheimnisvollen Pfad hier entlang gehen. Ich meine, ich habe so eine Vermutung, wo der hinführt. Man soll ja nicht den Tag vor dem Abend loben, ne? Aber wenn ich mal genau bin, ihr wisst genau, was uns noch fehlt, ne? So ein gewisser Popsicle fehlt uns noch. Jubi, komm. Jaja, bei Fuß. Uh, Metagross gleich in groß. Jetzt sollte ich gleich dich mitnehmen. Mutterschiff. So, Herren des Hagels. Aha. Okay. Heißstrahl, Aurora-Strahl. Noch mal einen Zauberschein. Mal gucken, was passiert. Nicht sehr viel. Stimmt, ist eine Fehl-Attacke. Ist ein Stahl-Pokémon. Mein Fehler. Warte mal, sie sind sicher auch ein Fehl-Pokémon, oder? Ich könnte mich irren, aber ich glaube ja. Du warst doch Eis-Fee, oder? Sag doch mal. Äh. Ups. Dumme Wahl. Sehr, sehr, sehr dumme Wahl. Eisstrahl. Das ist komplett falsche Pokémon für diese Gegend. Ja. Roll-Initiative bringt jetzt sowieso nichts mehr. So, ab hier kann der Hagel übernehmen. Habe ich irgendwo noch Bälle dafür? Ja, ein Hyper-Ball sieht ganz in Ordnung aus. Wie viele Luxus-Bälle habe ich noch? Ja, keine. Okay. Auf dem Hauptkanal, behaupte ich mal, wird es demnächst wieder Videos geben. Unter anderem eine Lektion in Sachen Naivität. Eine Lektion in Sachen Demut und Einsicht. Eine Lektion in Sachen Liebe. Und ja, ab und zu wird auch ein bisschen über Nintendo oder Pokémon gemeckert. Glaube ich, vielleicht. Ich weiß noch nicht. Momentan habe ich echt ein Problem, mich dazu zu motivieren, die Videos zu machen. Ich habe irgendwie, ich will nicht sagen, Besseres zu tun. Aber ich mache andere Sachen gerade viel lieber. Äh. Schlimm. Aber gut, dabei kontaktiere ich auch kaum Leute, die ich kenne. Ich, ich, weiß nicht. Ich nehme Let's Plays auf. Das sind immer so, die Sachen, die ich loswerden will, werden in Let's Plays losgelassen. Und alles andere interessiert eh keinen. Also warum sollte ich da noch zigtausend Leute zutexten? Denkt dann wahrscheinlich immer jeder, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Aber, nee, ich, ich, ich habe gerade einfach nur keine Lust auf eigene Initiative beim Kontaktieren von Leuten. Es ist eh die zweite Welle, die kommen eh bald alle von selbst angerannt. Kann ich auch die Ruhe vor dem Sturm genießen. Was, nein, ich bin nicht menschenfeindlich. Das ist einfach nur, es ist manchmal so ermüdend. So ist es ja auch gar nicht gemein gemeint. Das ist einfach nur, manchmal habe ich einfach genug. Es ist dann zum zigsten Mal das Gleiche, was du hörst. Und du denkst dir einfach nur, ich weiß, das Problem hattest du schon gestern. Und vorgestern. Und vorvorgestern. Und letzte Woche. Und letztes Jahr. Und vor drei Jahren. Und wow. So alt wirst du schon. Wie lange kennen wir uns jetzt? So lange macht das Spiel schon mit. Genial. 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 Und die Leute, mit denen du unbedingt mal wieder ein Wort wechseln musst, weil sie sich schon zwei Monate nicht gemeldet haben. Keine Spur. Nirgends. Herrlich. Und dafür hast du den ganzen Tag über Steam an. Aus keinem anderen Grund habe ich Steam an. Nur damit mich eine Person kontaktieren kann, die mich nur über Steam kontaktiert. Ich habe auch jetzt Steam an. Keine Nachricht. Es wird langsam knapp, Metacross. Entweder bleibst du jetzt drin. Oder du hast ein Problem. Und es ist tot. Und Jumi ist tot. Ich hasse dich. Wow. Und sie kriegt noch nicht mal die XP dafür. Ja, Hauptsache Mira reicht Level 69. Ich sage dazu jetzt mal nix. Oh, Mimikma. Hi. Ne, das tue ich dir nicht an. Vergiss es. Oh, das Arme. Es gab kein Mitleid für Mimikma in den Kommentaren. Was ist denn los, Sari? Alles klar, ja? Hey, Mimi. Guck mal her. Mach es. Genau. Ich muss das mal ausrichten. So, jetzt ist besser. Und damit soll man dann irgendwie... Ich weiß nicht. Was ist das denn schon wieder für ein Geräusch? Mein Telefon darf um die Uhrzeit gar kein Geräusch mehr machen. Soul Tendo hat sich wieder den besten Moment ausgesucht, um auf dem Discord-Server was zu schreiben. Da, wo ich gerade ein Let's Play aufnehme und nicht antworten kann. Nein, ich will nicht mit dem Camping aufhören. Ich will jetzt hier gerade irgendwas kochen. Damit... Jubi wieder auf den Beinen ist. Ja, ja, Mimikma. Gleich, gleich, gleich. Gierpulver. Frickadellen. Furnishcurry. Frittierdez. So, warum nicht? Nehmen wir Fisch und Chips. So, Zitrubeere. Hier geht's. Also, am Anfang... Schütteln, was das Zeug hält. Am besten so lange, bis das Zeug anfängt schwarz zu werden. Und wenn es anfängt schwarz zu werden, sofort aufhören. Und nur noch langsam weiter wuscheln, um halt diesen krassen, weißen Dampf zu erhalten. Komm ich da noch irgendwann heute hin? So, hier. Das war jetzt ein bisschen doof. Der ist schwarz geblieben. Normalerweise reicht die Zeit ganz knapp aus, um hoch und wieder runter zu kommen. So, das hier. Da musst du einfach selber einen Takt finden, damit hier überall diese Sternchen im Sekundentakt auftauchen. Wenn es geht, aber nicht so schnell, dass es überall rausspritzt. Und das hier ist, wie gesagt, scheißegal. Wenn du eine höhere Wertung haben willst, musst du das Ganze mit Freunden zusammen machen. So, kriege ich jetzt meine Hukumir-Klasse? Oder nicht? Yeah. All die Anstrengungen da. Ich benutze immer den falschen Zoom-Knopf. Verdammt. So, Jubi ist wieder oben auf. Sehr schön. Ja, ich höre auf, bevor sie ankommt. Heute Morgen hat mich wieder mal jemand auf Facebook kontaktiert und hat mir einfach nur so ein Sudoku geschickt von Crack the Cryptic. Das war dann so die erste Stunde meines Tages, dieses eine Sudoku. Wenn ich gar keine Idee mehr habe auf YouTube, fange ich an, Sudokus zu lösen. Let's Play Sudoku. Mittelschwer. Hört sich das irgendwie an... Ich habe garantiert... Nur die Frage ist, ob es sich genug angucken würde, dass es sich rentiert. Garantiert nicht. So, was sagt denn die Karte? Bin ich auf dem Weg in mein Verderben? Eigentlich scheine da zu sein, wo ich gerade hin will. Gut. Gut, gut. Gut. Ich muss nur langsam mal Erfolge sehen. Nö, heute nicht. Nein, ich sagte... Nein! Zerfleischt von einem Eisbär. Auf allen vielen. Hä? Das ist nicht, was ich hatte. Okay, habe ich hier irgendwas übersehen? Ja, hier geht es knapp um die Ecke. Das hatte ich übersehen. Weil es zum Eisbär mir hinterher gejagt ist. Winsterstein. Ha! Ist nichts hinterm Baum. Hm. Uh. Eisstrahl. Cool. Also, was muss ich hier für ein Blödsinn machen, hä? Gibt es hier eigentlich was am Rand? Läschchen AP+. Nö. Na, nur auf der Tür steht etwas geschrieben. Erscheine an der Seite eines lebendigen Schneekristalls. Ja, ich weiß, du zählst nicht, auch wenn du theoretisch... Ja, die wollen es wieder ganz genau haben. Frage. Habe ich einen lebendigen Schneekristall? Ich habe meine Zweifel. Weil warum sollte ich das Viech einfangen? Ich finde es ja noch nicht immer hübsch. Hm. Ich habe ihn alles gefangen. Ich habe einen nicht alle. Ich habe das Gefühl, das ist das Ding. Ich habe das Gefühl, das ist das Gefühl, das ist aber auch gewonnen. Kommen wir hinunter. Ein Blödsinn. Wack! Ihr seid wirklich in der Übung, das ist ja auch ein Blödsinn. Wie dann bist du denn hier? Frigometrie, aha. Ähm, ja, nein. Sauber-Schein? Solar-Strahl? So eine Pflanzen-Attacke, wenn ich mich irre, oder? Du bist Eis, du hast eigentlich, solltest du gegen Pflanzen ziehen, dich und Feen eigentlich, ja, ja. Sag ich ja. There is no problem in here. Jetzt noch irgendwas einsetzen. Kalter Hund oder so. Das ist noch kein Pokémon, das er gibt, die kalter Hund hat, irritiert mich ein bisschen. Aber, gibt es einen kalten Hund überhaupt schon in Pokémon? Ne, ne? Ich glaube, das, was am nächsten herankommt, ist... Naja, wohl nur, ne? Aber Füchse sind keine Hunde. Ich habe übrigens Füchse bei mir unten auf dem Parkplatz gesehen. Yay! So, Kristall-Pokémon, Frigometrie. Typ Eis, Größe 1,1 Meter, 148 Kilogramm. Mit seinen Ketten aus Eis friert es jeden einen, der ihm über den Weg läuft. Dann verschleppt es ein Opfer an einen unbekannten Ort. Super. Pädoflocke. Und sowas muss ich ihn mit in die Party nehmen. Ich bin so ein hübsches Pokémon. Ja, der einzige Grund, warum wir dich einfangen müssen, ist, weil die sonst keiner haben will. Ah! So. Juby, ich bin großer Fan von dir. Aber jetzt muss erstmal Solaro anruhen. Das Ganze halt an. Witz! 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 Wie ist das? Witz! Wow, zieren müsste man können, ne? Einwitz! Tschak! 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 Plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft! Jetzt ist er aus die Spannung, jetzt ist es an die Spannung. Ist aber spannend! Komm, get me! Eine unglaubliche Eisenergie strahlt von dieser Statue aus. Möchtest du sie untersuchen? Jaaa! Räger Eis erscheint. Ist das schon immer so dunkel oder ist das ein Shiny? Wie war denn der Shiny? Der war anders. Das ist bestimmt Shiny locked. Das hätte es uns gefunkelt eben. So, wie bringen wir es denn am besten nicht um? Versuch mal Stahlflügel. Ja, ein guter Anfang. Jetzt lass es angreifen. Leider keine physische Attacke. Das hätte sonst Gefrierbrand gegeben. Also das gefrorene Viech hätte angefangen zu brennen. Verstehst du? Gefrierbrand. Ja. Ich frag mich, ob das politischer Kommentar ist. Idioten sind unantastbar. Hä? Das könnte natürlich auch seine eigene Form von Ultra Instinct sein. Das war das, was Ruffy gegen Edel gemacht hat. Also du musst schon angreifen, sonst kommt dir irgendwie nichts bei OK. Ich verstehe. Hmhm. Naja. Naja. Ich hab hoffenweise Viecher dabei, die im Nachteil sind, ne? Drache, Pflanze. Huuu. Dunkelklauer oder Geschnuddler? Was meinst du? Nur dunkelklauer. Bitschnapp! Riomeneh. Disse istrywklauer. Geschen kindern dem Karriak. Das ist nur noch sin thinkerd. olnösisch zu können. Ein besonderes Geld. bricht das war es schon ich hatte schon befürchtet ich muss mal kommentare aus testen probieren hey mimi gibt's regais eisberg pokémon typ eis größer 1,8 meter gewicht 175 kilogramm regais kontrolliert bis zu minus 200 grad celsius kalte luft mit der es alles und die ebene seiner nähe im handumdrehen gefrieren lässt ist schon dezent tödlich so eine temperatur vermerkst den stand der dinge in der legendennotiz nummer zwei drei zwei eins heiho ich bin's pionie na hast du spaß auf deiner expedition wie bitte du bist dem eisgiganten regais begegnet wahnsinnig beeindruckende expeditionsleiterin aber vergiss nicht auch nach den anderen giganten ausschau zu halten viel glück ich habe nach den anderen ich hab ich hab die anderen also ja whatever ja